Na bitte, die? Machst du noch einen kleinen Abendrundgang, ja? Brauchst du dringend noch ein bisschen Leckerstein? Wichtige Sache zur Zeit, ne? Ja, hast du den da aus der Schüssel rausgezuppelt? Okay. Mh, lecker, lecker, lecker. Musst du Kraft tanken, ne? Mh, köstliche Sache, das. Schon ganz schön ausgehöhlt, ne? Ja. Der Piksi ist auch noch unterwegs, hast du gehört, ne? Der geht auch gleich ins Schlufi-Bett. Bum, wieder umgefallen. Jetzt hast du fertig, ja? Dann wünsche ich ein gutes Nächte. Grüß Frau und Kind schön. Dann wünsche ich uns auch bei der Schüssel, ich will es ja auch bei der Schüssel, ich will es ja auch bei der Schüssel. Vielen Dank.